Hallo Civilization Friends! Willkommen zurück zu Thomas spielt Civilization VI als Kaiser von Brasilien, Folge Nr. 34 und wir befinden uns immer noch im Krieg mit Amerika. Wir wollen ja New Orleans und Washington bzw. New Orleans, Cincinnati und Washington einnehmen. Dazu hat uns der Kollege, ich werde vergessen, naja, hat uns der Teddy Roosevelt schon mal seine Kamera vorbei geschenkt. Das dürfte uns aber, ich sag mal, nicht tangieren, dass die hier so treiben, ne? 1 2 Wer ist denn auch weg? Und wer haut mal auf das Lager drauf? So, es läuft unterteilbar, dass ich mich nicht wieder überziehe. Kleines Problem von mir. So, wie weißt du? 2 und 200 Verteidigungen. 1 SM-Kruppan, genau. 1 Panzer. Wir wollen doch Amsterdam gleich noch nehmen, oder? Wir wollen das. Die China sind ja nicht mehr im Kampf, ah, dann mit Amsterdam. Ich schaue mal, ob wir mit Amsterdam haben einen Krieg, ne. Ne, das hat es schon da, entsprechend, äh ... Und wer hat mit Amsterdam Kriegen geschlossen? Amsterdam hat hier noch das mit Kriegen geschlossen. Cool! Amsterdam hat hier über den Kriegen geschlossen. Amsterdam hat hier über den Kriegen geschlossen. Ja, ein Barbaren entdecken. Ach, hey! Das wird sicher wieder übersehen. Aber... ...hatatat und weg damit. Fehler, der Panzer. Ach, wird man halt mal nicht durch. Wer hat man hier stehen? Ein Handelsweg nach... ...Augsburg, Magdeburg, Abydos. Sehr nett. Das passt. Du... ...hier hätte bestimmt auch schon was vorgesehen. Du baust mal hier hinten ein Miner. Ab seiner letzten Aktion. Der U-Boot. Ah, das war wieder dumm. Der... ...kann... ...bombardieren. Gut. Und du Kampfbomba kannst... ...auch bombardieren. Der Massenweg einfach. Siehst... Jetzt weiß ich, wo ich die Kampffanse brauchen kann. Nämlich da. Was ist gemacht? Jo... Jo... ...hatap. Das sind mal erledigt. Fast, fast. Nächste Runde. So, mal schauen was... ...der EU-Bild jetzt wieder ausfährt. Oder... ...hat was auch versucht, uns jetzt hier... ...einheit zu gebieten. Dieses Cavalerico... ...ja... ...ist halt da. Ist aber... ...schneller weg als da. Ich muss noch einen Tee trinken. Heute gibt es wieder Teechen. Ich dachte, ich hätte meine Erkältung überstanden. Aber... ...ein... ...Hustenanfall letzte Nacht... ...hat mich eines besseren belehrt. So, dass... ...es wieder erstmal Tee gibt. Mal gespannt, ob ich das Lager dann zerbarrieren kann. Ach Gott. Ich warte wieder darauf, dass die anderen was tun. Aber ich muss selber was tun. Und deswegen... ...ahhh... 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 ...Klitzschiff. Okay. Jetzt aber. Genau. Jetzt ist der Tag. Dann haben wir noch... ...ähh... ...Okayama... ...eingeschlossen. Ja, Japan lassen wir leben. Ähm... ...Egypten lassen wir auch leben. Von... ...den... ...Vereinigten Staaten. Hallo! Mein Ruf ist immer reflekt. Ja. Wie sagt man doch bestimmt? Ja... ...Kollege... ...is wahr... ...mach ich. Gib's dazu. Oha! Oh mein Gott! Der heilt sogar mehr als auch er letzt wird. ...und ich mach das jetzt nicht vor, oder? Ich kann überhaupt was weg. Alter Verwalter. Ist überhaupt irgendwas weggegangen? Ne, oder? Doch. Eigenverteidigung, Eigenverteidigung, eine Gesundheit. Naja. Mit anderen Waffen ist es nichts weggegangen. So. Hier haben wir noch einmal Uran. Gas. Bitte abbauen. Dankeschön. Duuuu. Ah, ihr seid wieder fit. Wann? 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 Ich hab das mehr geplündert wahrscheinlich? Ah. Gegen China. Ach. Das ist ja noch mittwober. Wann? 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 Das ist auch noch aufs Lagerdruck. Produktion Wellen, Fogoka, Arsena reparieren. Ah, der kann ihn nicht wegmachen, den auch nicht. Den aber auch ein bisschen. So was anderes. Der hat doch ein Wohlfühl aus mich. Produktraumarten brauchst du auch nicht. Du wächst noch stabil. Händler. Jetzt der hier. Das war eine Klarung für Fortaleza, aber schon. Ah, ne, ok. Dann gibt es nur eine Arme. Danke. Oh, wo gut. Ich will mal schauen, was hier so rumtümpelt. Und wir können dich erstmal... ...aktualisieren, äh, upgraden, entschuldige. So, jetzt zu dir. Die haben wir sicherlich alle weg, ne? Ah, mein, die weg. Genau. Das Kampfbomber noch. Der... Oh, für die Zukunft kümmer dich mal um das Lager hier. Das ist jetzt zwar auch nicht viel. Oh, ich habe doch auch nicht viel Banger genommen. Eine verledigte Befehle. Genau, eine. Die Kohle, da ist der auch fertig. Der Panzer... Achso, das ist jetzt besetzt, so dass das Gelände fällt. Dann... Gehen wir noch hier hin. Wir haben einen Handschuhsposten. Das ist auch keine Ahnung. Nächste Runde. Na klar. Geil, du bist auch wieder freut, was ich tue. Du bist auch noch dran. Wahrscheinlich dann als nächstes, ne? Wir können hier um Philipp. Wo bin ich denn? Das ist wirklich so viel Hunde. Boah, die Deutschen. Wahnsinn. Das wird ein interessanter Kampf. Die Deutschen. Hallo! Nein! Du bist doch bescheuert, oder wie? Das ist kein Handel, das ist ein Bucher. Du bist auch ein ganzes Gold. Du bist auch ein ganzes Gold. Äh... Nope. Pech. Jo, gut. Das ist interessant. Das ist nicht Pech. Ah, da kommt wieder was. Das ist ja wirklich. Ein bisschen was. Ah, wie das ist. Ich glaube, Bogenschützen gegen Panzer. Die Krise wird auch raus. Von mir gibt es wirklich viel. Wahnsinn. So. Okay, dann nehmen wir wahrscheinlich jetzt dieses Lager ein oder machen wir es weg. Verwirrt vor lauter verwirrter Verwirrung. Kritik ändern, haben wir da irgendwas? No. Das ist egal. Für Lufteinheiten der Moderne und des Atomzeitlandes. Hm. So, Wissenschaftler brauchen wir ja die Ohne noch. Ach, gut, noch ein bisschen alles. Das ist richtig. Ähm. Ich bin... Ein... Anh... Händler... Nach... Nach... Händler. Okay. Alles die Prevalence. Social Media. Televisierung. Okay, die Televisierung. Okay. Es dauert alles. Ne, gut. Easy going. Ah, hallo. Nein. Und tschüss. Du baust vor. Ah, irgendwo hatte ich das gesehen, bei einem bösen Gummibaum. Das ist ein sehr interessanter YouTuber, der auch so über die Selten spielt. Er hat es gesagt in einem seiner Videos, wie man es abstellen kann. Fukuoka Hafenhandelszentrum. Und dann... ... bis zwei Grupp, bis zwei Grupp, bis ein Grupp, bis zwei Grupp. Okay. Okay, thema Artillerie. Und tschüss. So, und du... Du förderst dich erstmal gegen Landeinheiten. Sehr gut. So, hier ist nichts mehr. Das heißt, ich kann ihn hier herstellen. Dann wird das Lager eingenommen. Gut. Ähm, ich hab ihn weg. Jetzt kommt natürlich in New Orleans entsprechend. Da klopfen wir schon mal an die Tür. Und dann geht's weiter. So, hier haben wir noch Reis, Blumes, Ressourcen. Da noch machen. Hier haben wir noch mal was. Der Lager wächst langsam, aber stetig wächst diese Stadt. Das ist gut. Schauen wir mal, was hier hinten noch so passiert. Da kommt das Raketenkreuzarmader. Da müsste es noch mehrere geben. Hier wird wahrscheinlich nichts großartig weiter passieren. Das ist ein recht einseitiger Kampf und auch Trick. Der ist gut freundlich mit China, oder? Kann das sein? Der versteht euch prächtig. Ja. Ach, wo kommt der denn her? Interessant. Oha. Die Kamelerin, die hauen ja ganz schön rein. Das wird auch verfügbar. Standardangriff. Soll ich das richtig gesehen habe? Ah. Danke. Genau. Jetzt sind wir uns doch ein bisschen beteiligt. Geht's ja klein wenig. So. Und das heißt. Ähm. 26 Sekunden Wachstums. Sehr gut. Mine und Mine. Xiyang baut ein Wundviertel. Boah. Ich weiß nicht, wohin wir das bauen können. 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 5. Soll ich das weggemacht werden. 5. Mach mal 5. Gibt halt nicht. Mein Campus ist Quatsch. Straßenkanal ist Quatsch. Dann baue mal eine Raketenartel mit ein. Schaden wird's nicht. Und ich befördere dich, bis ich nicht weich werde. Yeah. Du legst ihn weg. Genau. Du versuchst diese Vergatter. Und war der Weg. Geht es nicht mit dem Weg aus. Vorab. Dann bin ich mit der Weg. So, ich schätze mal alles so weiter, gehen wir ja 2-3 Runden noch, dann hat sich das mit New Orleans erledigt, das ist eigentlich die schrecklichste Art zu sterben, muss man sagen, wer, achso, du, Long-Sea, ich hätte mal eine Straße nehmen sollen, statt ich hier nicht. Ah ja, egal. Das ist ein Ordnung. Ja, was machen wir denn hier? Achso, jetzt brauchen wir noch ein Dreieck. Dann ist das gut, Kampfbombole, da hin, genau, jetzt machst du die ganze preiswerte Einheit und jetzt ist es weg. Man lässt sie dann nicht immer noch in 2. Erlebensgruppen stehen. Ein bisschen krumm eingefallen. Das kann man dann auch hier stationieren. Ist der Panzer da? Das war dumm. Mal schauen, ob er macht. Weil es ein Reichweiter von diesem Lager ist nicht so toll. Egal. Das muss man vergessen, ob es der, die Panzerabwehrmann hat. Die ist heftig. Die kann auch unseren Panzern durchaus gefährlich werden. Mein Panzer gefährlich werden. Das ist so toll. Zwei Schaden erlitten. Da kommt ja noch jemand. Meine Fresse. Wie komme ich jetzt? Ja, jetzt komme ich da gar nicht durch, oder wie? Ein kleiner Panzer vorrücken, die zwei Stück. Genau. Die haben ja nicht wirklich Schaden genommen. So, Panzer 1, Panzer 2. Die Zukunft scheint weit weg. Sehr gut. Technologiebaum, da haben wir alles erkundet. Neue Zukunftstechnologie. Mehrfachheit, genau. So. Händler. Händler. Kugitiber kann bauen. Einen. Ne, schade, kann nichts bauen. Spion bauen wir noch nicht. Ja. Das ist ein Kater in der Artillerie. Du. Ich sehe ihn jetzt. So, eins wäre schon mal fein. Dann. Eins. Ein Händler nach... ...Morgano. Gut. Nichts weiter. Gut. Panzer hierher. Verspann dich. Du rufst dich weiterhin aus, der große General. Du greifst den Dienst an. So. Bomber. Aus. Den hier weg. Also fast weg. Na, erst sind sie neri. Okay. Fast halt, ne? Produktionären in Kyoto. Ein... Kann ich hier... Ein... Ah. Super, dass du jetzt wegfängst. Ähm. Der noch drauf. Du hast schon. Du hast auch schon... Du hast ihn hier noch. Heißt du schon. Okay, los. Hm. Über dich geschossen, aber... ... statt erobert. Rosaca... ... statt behalten. Ja. Und somit wird New Orleans... ... mittlerweile jetzt... ... rosalzianisch. Mach ihn ja weg. Und das Lager ist auch gerade wieder fit geworden. Sehr schön. Kann ich hier meinen... ... Archäologen bauen? Nein, kann ich nicht. Ich glaube, ich ziehe gerade wieder. Äh... Na, Kampfstärke ist das Quatsch. Dann bauen wir die Kraftwerk. In Yodong. Auch am Hafen. Auch eine Sau. Eine... ... ... ... ... ... ... darmacht Zum майdenнroy.... ... ... 15. alles klar. Eigentlich sind wir weitergehen... ... in der nächsten Folge... ... mit Cincinnati und... ... Washingon D.C., oder nur.. ... Washington, wie es hier heißt. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wenn es sich gefallen hat, dann gerne einen Daumen oder ein Abo. Würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, gehabt euch wohl, euer Thomas.